Hallo, guten Morgen. Ja, es ist mir ein Anliegen, ein Video zu machen zum Thema Prinzip der Heilung bei Mensch und Tier. Hier, weil es immer noch so stark in den Köpfen verankert, dass wir eigentlich nicht in Ordnung sind, dass irgendetwas Unheil ist an uns, an unserer Welt. Und diese Überzeugung, die stülpen wir unseren Tieren über. Mit dieser Überzeugung gehen wir durch die Welt und suchen Unheil. Natürlich wird das alles nicht bewusst gemacht. Deswegen ist es so, so wichtig, dass wir die Prinzipien unseres Seins verstehen, um diese Prinzipien dann zu verändern. Und ja, Prinzipien zu verstehen, das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir uns wieder neu beibringen müssen, aktiv beibringen müssen. Weil wenn wir Prinzipien verstehen, dann können wir die Wahrheit leichter verstehen. Ja, wenn du dieses Video jetzt siehst und wenn es dich anspricht, bitte teile es. Es ist wichtig, dass wir unseren Verstand erneuern. Es ist wichtig, dass wir wirklich die Wahrheit, die absolute Wahrheit unseres Seins erkennen. Und die absoluten Prinzipien, die nun mal hier wirken, durch uns. Und sie wirken durch uns. Sie fangen an, in uns zu wirken. Und dann wirken sie durch uns heraus. Und eins der wichtigsten Prinzipien ist, dass per se alles in Ordnung ist. Per se ist alles heil. Per se ist alles gut und richtig. Und wenn es per se so ist, dann ist einfach für uns angesagt, diesen Zustand wieder zu erkennen. Und wenn du dir nur einmal kurz überlegst, wie zum Beispiel ein kleines Baby oder ein kleiner Welpe, ein kleiner Hund hier auf dieser Welt ankommt. Es ist per se alles in Ordnung. Aber wie es jetzt weitergeht für dieses Menschenkind oder für dieses Hundekind, liegt daran, in was für einem Umfeld dieses Menschenkind und dieses Hundekind, in was für einem Milieu. Milieu, vielleicht hast du das schon mal gehört, das Milieu ist entscheidend. In was für einem Milieu wir aufwachsen. Wie wir konditioniert werden. Und für mich gibt es zwei Seiten der Konditionierung. Hallo, guten Morgen. Einmal ist es die absolute Wahrheit über unser Sein. Und da wieder hinzukommen, das ist Heilung. Ja, hallo, guten Morgen. Heilung für Mensch und Tier. Heilung insgesamt, die Prinzipien der Heilung. Es ist so wichtig, da mal hinzuschauen und zu verstehen. Das Prinzipien, guten Morgen. Das Prinzip der Heilung ist das Prinzip unseres menschlichen Seins. Wir sind heil. Das Einzige, was uns von Heil, also whole, ganz, perfekt, wunderbar, gesund trennt, sind unheile Vorstellungen. Guten Morgen, Bettina. Vorstellungen, die unheil uns suggerieren. Es ist etwas unheil. Und das Unheile sehen wir erst mal durch unsere Vorstellung. Aber per se ist es ja erst mal heil. Gehen wir noch mal kurz zurück zu dem Welpen, zu dem kleinen Baby. Das einfach auf die Welt kommt und glaubt, es ist heil. Es ist alles heil. Die Welt ist heil. Alles ist perfekt. Und dann macht es Erfahrungen. Hallo, Julia. Dann macht es Erfahrungen. Dieses kleine Kind macht Erfahrungen. Und aus diesen Erfahrungen werden Rückschlüsse gezogen. Und diese Rückschlüsse speichern wir ab. Diese Rückschlüsse, diese Information. Oh, es ist gefährlich, wenn ich das und das mache. Es ist gefährlich, wenn ich hier laut bin. Es ist gefährlich, wenn ich hier meine Meinung sage. Oder es ist gefährlich, wenn ich was auch immer mache. Für den einen und für den anderen ist es immer unterschiedlich für jeden, welche Rückschlüsse er zieht. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Ängste. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Krankheiten. Und deswegen sind wir auch unterschiedlich unheil. Scheinbar. Aber das Prinzip, die Basis, die dahinter steckt, ist einfach, dass wir Zusammenhänge erkannt haben für uns, abgestempelt, eine Regel draus gemacht, eine Überzeugung draus gemacht. Und so ist es für uns. Und wenn es für uns so ist, dass auf eine gewisse Art und Weise für uns Unheil oder Gefahr kreiert wird, dann ist es so. Aber wirklich, tatsächlich, diese Todesgefahr und diese lebensbedrohlichen Momente, die herrschen in den allerwenigsten Situationen wirklich. Die meisten Situationen sind aus Angst vor einem Unheil entstanden. Weil wir irgendwann mal diese Rückschlüsse gezogen haben. Und zum Beispiel auch Höhenangst entsteht genau so. Aus so einem Rückschluss, dass eine Höhe bedrohlich ist, gefährlich ist, dass ich aus der Höhe hinunterfallen könnte und mich verletzen. Und da ist mein kompletter Fokus auf diesem Unheil. Auf diesem Unheilszenario. Und deswegen will ich nicht da hoch. Deswegen will ich nicht in die Höhe. Weil es für mich bedrohlich und gefährlich ist. Und vielleicht habt ihr das auch schon mitgekriegt. Oder auch mal versucht. Es ist ein riesengroßer Prozess, in eine neue Überzeugung zu kommen. Selbst wenn du in eine Höhe steigst, 100% gesichert bist. 100% wirklich. Dir kann nichts passieren, egal wenn du hinunterfällst. Und dennoch ist dein Körper voll Angst. Wenn du Höhenangst hast. Der zittert. Und alles ist darauf fokussiert, wenn ich da runterfalle. Hoffentlich falle ich da nicht runter. Wenn ich da runterfalle. Oh mein Gott, was passiert, wenn ich da runterfalle? Was passiert, wenn ich da runterfalle? Und hier einen Switch einzuläuten und zu sagen. Nein, nein, nein. Ich bin sicher. Ich bin gesichert. Ich bin 100% gesichert. Es kann mir nichts passieren. Selbst wenn ich da hinunterfalle. Ich werde aufgefallen. Es passiert mir nichts. Es wäre doch eigentlich so einfach. Aber nachdem der Körper auf diese alten Informationen, und das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, das geht mit allem. Das geht mit Essen. Es geht mit Menschen. Es geht mit Tieren. Es geht mit allem, allem, allem. Genau so. Dieses Unheil ist für dich ein Fact. Es ist für dich so glasklar eingespeichert in deinem Kopf, dass jede deine Zelle mit dieser Information versorgt ist. Und die Ute hat auch so ein wunderbares Zweiteiler-Video darüber gemacht, über diese Informationen. Und diese Informationen, die starten in unserem Kopf. Einzig und allein in unserem Kopf. Es ist so machtvoll. Virtuelle Realitäten, ihr habt es vielleicht schon gesehen, diese Brillen, die man sich aufsetzen kann und dann in eine andere Realität kommt. Der Körper reagiert komplett anders. Der Körper reagiert auf das Milieu, auf die Realität, in die du deinen Körper bringst. So ist das Prinzip von unserem Körper, der 100% gesteuert wird, von der Vorstellung. Und diese Vorstellung setzt sich aus Gedanken zusammen. Jeder einzelne Gedanke kreiert eine Vorstellung. Und es geht so, so schnell, dass du das manchmal überhaupt nicht merkst, in was für eine Welt du dich jetzt gerade reinkatapultiert hast. So stell dir das wirklich vor. Das ist so, als würdest du dir eine virtuelle Brille aufsetzen und dich in eine Welt katapultieren. Und dann bist du felsenfest davon überzeugt, dass das real ist, dass das Realität ist. Und dann geht alles los. Alles in deinem Körper reagiert auf das Milieu, reagiert auf die Realität. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du das verstehst, dass dieser heile Zustand einfach ein Verlassen deiner heilen Realität, deiner absoluten Wahrheit, deines Ursprungszustandes ist. Und was ist, wenn es jetzt doch so leicht wäre? Weil es ist ja so leicht. Wir entscheiden uns jeden Moment, in welcher Realität wir leben, was wir gerade wahrnehmen. Wir entscheiden das so, so, so schnell, dass wir unbewusst diese Automatismen gar nicht mehr nachvollziehen können. Und aus diesem Grund müssen wir diese Prinzipien erstmal verinnerlichen, was es denn heißt, wer ich bin als heiler und klarer Mensch. Weil ich habe dieses Prinzip niemals verinnerlicht, dass ich perfekt bin, dass an mir nichts falsch ist, dass an mir nichts krank ist. Und dass mich von außen, von sich aus nichts angreifen kann, außer ich setze mich in diese Realität. Es kann mich kein Löwe angreifen, wenn ich nicht in einen Löwenkäfig gehe. Und das ist genau dieses Prinzip, dieses Prinzip, wo ich 180 Grad verändern muss. Ich bin per se gut, perfekt und heil. Und genau so ist diese Welt, in der wir leben. Und genau so sind alle anderen Menschen und Tiere perfekt und heil. Wenn sie in einen Raum, in ein Milieu, in eine Energie, in eine Wahrheit, in eine Klarheit zurückgeholt werden, wo das so ist. Und das ist diese Wahrheit, diese Klarheit, diese Energie, die uns zur Verfügung steht. Diese Energie, ich nenne es, es ist die Energie, die ungefragt unser Herz schlagen lässt. Es ist diese Energie, die ungefragt die Hoffnung trägt. Die ungefragt die Freude trägt. Die ungefragt die Liebe trägt. Es ist genau diese Energie, das ist diese Schöpferenergie, das ist diese göttliche Energie. Und die steht uns immer zur Verfügung, absolut 100% ungefragt. Aber wir haben so viel Zeug in uns rein informiert bekommen. Ich habe, also manchmal sträuben sich mir auch selber wieder die Haare, was ich alles geglaubt habe. Was ich alles für Bedingungen geglaubt habe, dass ich auserwählt sein muss, dass ich erlesen sein muss, dass ich eine spezielle Erfahrung, eine spezielle Erleuchtung gehabt haben muss. Um erstens, um Heilung zu verdienen, um zu verdienen, heil zu sein und um zu verdienen, als Heiler zu wirken, heilen zu wirken. Ja, das sind alles so Hirngespinste. Diese Überzeugungen, die schwirren überall rum, die werden überall rein interpretiert und man macht automatisch den Rückschluss. Wieso kann der das, wieso kann jemand anders das, wieso kann ich das nicht? Was hat der andere, was ich nicht habe? Das ist in meinem Kopf, das ist eine Überzeugung in meinem Kopf, dass wenn andere etwas können, etwas machen, etwas bekommen, etwas erleben, etwas sind, was ich für mich selber als im Moment nicht vorhanden wahrnehme, stellt sich mir sofort die Frage, was hat der besonders, was ist an dem besonders, was hat der besonders gelernt, was hat der besonders erlebt, wieso ist der erlesen, auserlesen? Aber das kommt nur aus meinem Kopf und das wahre Prinzip ist, wir sind doch alle gleich. Wir erlauben uns nur nicht das Gleiche, wir erlauben uns nicht göttlich zu sein, wir erlauben uns nicht perfekt zu sein, wegen allein schon diesen Gedanken, weil wir glauben, andere haben was mehr, andere haben was besser, andere können was besser, andere haben eine bessere Ausbildung, andere haben die Erleuchtung, andere sind mit Geschenken gesegnet, mit denen ich nicht gesegnet bin. Was für ein Blödsinn, was für ein Blödsinn, was für ein Blödsinn, alle, wir alle können alles haben, tun und machen, was wir wollen und wir alle sind als Heiler geboren Und wir alle sind hier, um uns wieder daran zu erinnern, dass wir heil sind und dass durch unser Heilsein Heilung mehr entsteht, dass wir mehr Heilung sehen, dass wir eine heile Welt sehen können. Aber solange wir mit diesem Mindset unterwegs sind, irgendetwas ist an mir nicht in Ordnung, irgendetwas fehlt an mir, irgendetwas haben andere besser, andere machen es besser, andere können es besser. Deswegen, man sieht es ja auch sofort, ich kann das nicht, ich habe das nicht, es ist offensichtlich. Aber es ist nur offensichtlich, weil du davon überzeugt bist. Und das Prinzip zu erkennen, erlaubt mir, diesen ganzen Kram, der mich einschränkt, der mich unterdrückt, diesen ganzen Gedanken, diese ganzen Überzeugungen, die mir sagen, ich sei irgendwie weniger gut, schlechter, weniger talentiert, weniger kraftvoll, weniger machtvoll als irgendetwas anderes da draußen, ist schlichtweg falsch. Und wenn du hörst, du brauchst irgendwelche Codes und Codes müssen dir übertragen werden. Nein, du hast ja schon alles. Wenn du schon komplett und perfekt bist, wer soll dir denn irgendetwas übertragen, was dir noch nicht schon zur Verfügung steht? Was ist das für ein Mindset, dass ich glaube, ich werde nur heil, ich kann nur Heiler sein, ich kann nur heilen? Ja, diese Codes sind gerade Mode. Was sind denn Codes? Codes sind Information, scheinbar unsichtbare Information. Aber es ist jede Information für mich unsichtbar, wenn ich nicht eintune. Jede Radiosender dieser Welt ist unsichtbar für mich. Ist der verkodiert? Gibt es da irgendeinen Geheimcode, der mich für diesen Radiosender initiieren muss, dass ich diesen Radiosender hören darf? Nein, ich muss einfach auf diese Wellenlänge dieses Radiosenders kommen, egal wie. Aber da ist kein Code, den der Radiosender mir übertragen muss. Weil alles da ist für mich. Alle Zugänge sind offen für mich. Ich kann mich eintunen in jegliche Information, Energie ist Information, die ich brauche. Nur wenn ich per se mein Tuner, mein Körper, mein Gerät, meinen Verstand, mein Denken in Mangel eingetunt habe. Eingetunt habe in eine Überzeugung, dass mir irgendetwas fehlt, was ein anderer mir geben muss. Dann bin ich die ganze Zeit auf der Suche nach einem Heiler. Ohne zu wissen, dass ich ja schon heil bin, dass Heilung nur daraus oder dadurch entsteht, indem ich erkenne, mit all meinen Sinnen, die mir zur Verfügung stehen, mit all meinen Überzeugungen, dass die Wahrheit ist, ich bin heil. Ich bin heil. In mir entsteht Heilung. Durch mich hindurch entsteht das Heil. Und nur aus diesem Standpunkt heraus kann ich letztendlich heilend wirken. Und heilend heißt eben nur ganz wirken. Als Ganzes, komplett. Die Schamanen versuchen irgendwelche Seelenanteile wieder zu integrieren. Gibt zum Teil auch ein riesen Genusch im Hirn, weil wenn man dir sagt, du musst etwas integrieren, was du eigentlich gar nicht haben willst. Ich muss nichts integrieren. Weil nichts ist außerhalb von mir. Ich bin heil. Ich bin komplett. Ich bin ganz. Ich habe nur noch nicht die Überzeugung von mir als dieses heile Wesen. Und sobald ich mir diese Überzeugung zurückhole, kann ich erkennen, dass es schon immer da war. Weil keiner hat mir irgendwas gegeben. Niemand musste mir was geben. Ich gebe es mir. Ich hole es mir. Ich tune mich ein in die absolute Wahrheit. Und diese absolute Wahrheit ist genau diese Wahrheit, die uns alle verbindet. Wir haben alle Zugriff. Die ist nicht verkodet. Es ist einfach eine Verbindung, die wir aufnehmen dürfen. Jederzeit. Und anstatt eine Verbindung zu einer Energie, zu einer Wahrheit, zu einem Denkkonstrukt, zu einer Überzeugung aufzunehmen, die mich gefährdet, kann ich entscheiden, dass ich eine Verbindung zu einer Wahrheit, zu einem Denkkonstrukt aufnehme, die mir meine Wahrheit, meine Klarheit in Erinnerung bringt. Radiostation. Und das, was das göttliche heißt, was das göttliche Bewusstsein heißt, das ist einzig und allein ein energetischer Raum, voll gefüllt mit allen Informationen, mit allen Informationen, die mir sagen, dass ich klar, dass ich wahr, dass ich wahrhaftig bin, dass ich in Ordnung bin, dass ich perfekt bin, dass ich alles haben, sein, tun und machen kann, was ich will. Und dann habe ich diesen anderen Raum, diesen Raum, den es eben auch gibt, der mir genau das Gegenteil erzählt. Genau das Gegenteil. Wie Plus und Minus in der Energie. Und ich aber entscheide, womit ich mich lade, womit ich meinen Körper auflade, mit welchen Informationen ich mich auflade und als was für eine Ladung ich durch mein Leben marschiere. Und wenn du dich jetzt entscheidest, dass du dieses absolute Prinzip verstanden hast, dass du wählst zwischen Plus und Minus, zwischen Unheil und Heil, dann verstehst du vielleicht auch, warum du als kleines Menschlein, als wirklich kleines Kind, schon alles so heil haben wolltest. Heil. Du wolltest eine heile Welt. Du wolltest eine sichere Welt. Du wolltest keine Veränderung. Du wolltest dich darauf verlassen können. Du wolltest, dass alle lieb miteinander sind. Du hast Streit gehasst wie verrückt. Warum? Weil du so klar mit der Wahrheit noch verbunden warst, weil dein ganzer Brain, dein ganzer Verstand noch nicht so gewaschen worden ist. Und ich sage nicht mal, dass er von bösen Menschen da draußen gewaschen worden ist. Er wird einfach gewaschen, auch durch unser eigener logischer Verstand. Das ist eben dieser Kampf-Flight-or-Fight-Mechanismus, dieser Kampf- oder Schutzmechanismus, der versucht hier Überzeugungen zu basteln in seiner Logik. Und dann bin ich voll in meiner Logik drin und voll verkopft. Aber wenn ich das als Kind noch nicht hatte, dann bin ich voll in meiner absoluten Wahrheit drin. Und deswegen sind Kinder ja oft so gute Heiler. Deswegen ist es ja so fantastisch, wenn du in die Energie von einem Kind reingehst. Dass es einfach noch so klar und wahrhaftig ist. Und deswegen ist es auch bei Tieren, insbesondere bei Hunden doch so. Alle Menschen holen sich Tiere und lieben Tiere so sehr, weil die nicht verkopft sind. Weil diese verkopfte Energie uns die ganze Zeit suggerieren möchte. Mit uns ist was nicht heil und nicht in Ordnung. Und was jetzt passiert, wenn ich jetzt noch zu Tieren spreche, wenn wir dieses Vertrauen in das Heilsein, in uns als Heiler nicht haben, dann suchen wir halt überall Anzeichen für Krankheit. Weil wir sind darauf getrimmt. Auf Früherkennung. Und es ist uns oft nicht klar, was wir tun mit diesem Getrimmtsein auf Früherkennung. Wir müssen kein Unheil früh erkennen. Früherkennen eines Unheils bedeutet, einen Unheil zu kreieren, einen Unheil zu manifestieren. Und das ist so entscheidend, dass wir lernen, das zu sein, was wir immer schon sein wollten. Heiler, Heilerin. Wir sind als natürliche Heiler und Heilerin auf diese Welt gekommen. Und wie viel sogenannte Heilerausbildung habe ich endlich gemacht, aber niemals habe ich dieses Prinzip erklärt bekommen von Heil. Und die letzte, ich bin ja immer wieder noch gegangen, um dieses Prinzip wirklich rauszufinden, weil ich dachte, das muss etwas Kompliziertes sein. Ich dachte tatsächlich auch, es gibt Heiler und Leute, die das wirklich viel besser können als ich. Aber bei der letzten Ausbildung, die ich gemacht habe, wurde mir tatsächlich weisgemacht, dass der Ausbilder einen Server hat, einen universellen Server, der dem Ausbilder gehört. Und dort hat er diese heilbringenden Informationen abgespeichert. Und wenn ich diese heilbringenden Informationen von ihm, den Zugang, den Schlüssel, so nannte er es, bekomme, um in diesem Server seine heilbringenden, seine heilbringenden Informationen runterzuladen und für mich zu benutzen, dazu brauche ich einen Zugang, dazu brauche ich eine Berechtigung. Diese Berechtigung kriege ich, wenn ich mit ihm arbeite. Und das berechtigt mich auch nur, heilend zu wirken im Zusammenhang mit Heilung, die ich zu seinen Konditionen verkaufe und er seine Prozentuale bekommt. Das kann doch nicht sein. Es gibt nur, es gibt nur unser heiles Sein. Das gehört niemandem. Es gehört jedem. Es ist für uns alle, alle zugänglich. Ja, was für ein Bullshit. Und dieser Mensch, der macht Geld ohne Ende damit. Und es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung, zu sagen, wann du wen heilen darfst, zu welchen Konditionen, weil du bist Heilerin. Und in meiner Ausbildung zum Master of Divine Healing, das ist ja göttliches Heilen, das ist nicht mein Heilen. Ich zeige dir nur einen Zugang, ich zeige deinem Verstand einen Zugang, einen neuen Blickwinkel. Ja, alles, alles, was eine Bedingung, unseriös, alles, was eine Bedingung an Heilung legt, ist unseriös. Weil Heilung ist unser Naturzustand. Heilung ist das, wir sind als heil. Wir sind per se heil. Wenn wir alles unheil ablegen und hinter uns lassen, alle unheilen Gedanken, Vorstellungen, wenn wir das lösen und in diesen neutralen, perfekten Zustand kommen, Dr. Joe Dispenza macht es so in seinen Meditationen, dass du quasi deine Identität verlierst. Aber für mich war das nicht in Ordnung. Ich wollte keine Identität verlieren, ich wollte nicht niemand sein, sondern ich wusste, ich bin jemand und zwar, ich bin Gott. Ich bin göttlich. Ich bin nicht der Bullshit in meinem Kopf, sondern wenn ich diesen Bullshit ablege in meinem Kopf, bleibt nichts, dass ich in die Leere gehe oder ins Nichts gehe, ins Niemand gehe, sondern ich gehe ins Göttliche. Ich gehe in die göttliche Wahrheit und aus der heraus, aus dieser Energie heraus, entsteht Heilung. Und so heilen wir Menschen uns gegenseitig. Und so machen wir uns auch gegenseitig krank. Wenn ich die ganze Zeit dir widerspiegle, dass etwas nicht mit dir in Ordnung ist, dann bist du in der Energie in meinem Raum und da musst du ganz stark wissen, wer du wirklich bist, damit du nicht darauf einspringst und dir doch nicht irgendwann mal einreden lässt, dass du in Gefahr bist, dass du krank bist, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und dieses Standing zu bekommen, ich bin heil, ich kreiere Heilung, egal für Mensch oder für Tier, das gibt dir so einen Boden, das macht dich so unumwerflich. Du glaubst an Heilung, du glaubst an dein Heilsein und du wirst durch dieses Standing so viel bewirken können, was du mit Worten niemals bewirken kannst. Und gerade, deswegen habe ich auch gesagt, gerade bei Tieren ist es die Energie, in die ein Tier eintritt. Es ist so klar ersichtlich. Zum Beispiel mein Hund, der hasst es, zum Tierarzt zu gehen. Sie hasst es, dorthin zu gehen. Ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gebracht. Wir machen auch keine Tollwutimpfungen mehr und gar nichts mehr. Weil diese Energie, sie kriegt Angst und sie weiß, man geht davon aus, dass ich nicht in Ordnung bin, wenn ich zum Tierarzt komme. Man geht davon aus, bei mir stimmt irgendwas nicht. Das will die nicht. Und wir auch nicht. Ich will das auch nicht. Ich will auch keinem begegnen, der einen Mindset, der einen Fokus hat und versucht, Dinge bei mir zu sehen, die nicht in Ordnung sind. Und es gibt so viel davon. Und das ist einfach das, was wir automatisch mitkriegen. Automatisch zu meinem 50. Geburtstag habe ich eine Einladung zur Mammographie bekommen, weil ich ja jetzt 50 bin. Geht man davon aus, dass ich bla 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 so und so gefährdet bin. Nee, 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 nee. So ist das nicht. Wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, wie, wie diese Energien wirken und ich mein Standing halte, dann macht mir sowas auch gar keine Angst mehr. Weil ich weiß, dass alles aus mir heraus outgepusht wird. Es kommt aus mir heraus. Ja, es ist alles ein Big Business. Alles, was deine Ängste triggert, ist Business auf der einen Seite. Aber warum darf ich kein Business machen mit dem Gegenteil? Weil da auch so viele Glaubenssätze dran sind. Und ich bin jetzt hier angetreten, um das wirklich einfach mal bedingungslos zu lehren. Und was du damit machst, ist deine Sache. Ob du es für dich brauchst, ob du es für deine Liebsten brauchst, ob du es für deine Hunde brauchst, ob du es für deine Tiere brauchst, ob du es in der Tierarztpraxis brauchst, ob du, egal was du tust, du solltest in der Lage sein, ein Ambiente, einen energetischen Raum zu kreieren, der heil ist. Und dann kann Heilung entstehen. Und wie diese Heilung entsteht, das ist nicht unser Business. Weil das etwas zurückkalibriert in seinen Originalzustand ist klar, wenn ich alle Störfaktoren beseitige, wenn ich alle störenden Energien, deswegen versuche ich ja Sachen zu entstören und was weiß ich nicht was, Störfelder und es gibt so viel Kram. Aber die Störfelder sind doch nur in meinem Kopf. Es ist doch alles nur in meiner Vorstellung. Und das lerne ich dir, zu erkennen, dass außerhalb von deiner Vorstellung nichts existiert. Gar nichts. Und wenn da gar nichts existiert, als das, was du dir vorstellst, dann ist es doch jetzt an der Zeit, dich so einzustellen, so auszurichten in deinen Gedanken, in deiner Vorstellung, dass du eben Heilung generierst. Und dass du nichts anderes mehr erlaubst, als deinen absolut heilen Zustand. Und das ist natürlich ein Prozess, aber dieses Prinzip, diese Vertiefung dieses Prinzips, dieses wirklich bis, weil alles in dir weiß ja, wenn du mir jetzt hier zuhörst, weiß ja alles in dir, ob ich recht habe oder nicht. Ja, das ist ja, das ist ja klar. Wenn du das jetzt hörst, weil die Wahrheit ist in dir verankert, die ist ganz, ganz tief in dir verankert und du hast immer schon mal so ein Gespür gehabt, nee, das kann ja echt nicht sein. Echt jetzt? Wirklich? Es ist alles so gefährlich? Echt jetzt? Du weißt es. Aber wenn du in diesem Milieu bist, wenn du in dieser Vorstellungswelt des Unheilen bist, dann potenziert sich das und wir sind jetzt hier aufgerufen, wirklich diese Heilung in uns wieder zu spüren, wieder zu aktivieren, aber nicht, weil ich dir irgendeinen Code gebe, sondern weil ich dich einfach ganz tief dran erinnere, an was du wirklich schon weißt und dir Tools gebe, Übungen gebe, das wieder einzuüben, das wieder einzuüben, weil wenn du dich daran erinnerst, als Kind wusstest du das alles und warst komplett schockiert, wenn dir irgendwie einer suggeriert hat, ist das was in Ordnung nicht mit dir? Das stimmt was nicht mit dir. Das hat dich zutiefst getroffen. Du warst völlig hin und weg, wenn da irgendwo etwas war, wo du nicht dabei sein konntest, wo du nicht gut genug warst, wo man dich nicht eingeladen hat und so weiter und so fort. Du hast nicht verstanden, warum. Bei mir war das so oft so, dass ich immer gedacht habe, was geht ab? Wieso? Und es ist einfach und alleine nur so, weil du als Kind schwach bist, du bist dem Milieu ausgeliefert und du versuchst, zu dem Milieu dazugehören und dahin zu kalibrieren und so kommst du in diesen permanenten, was kann ich nur machen, um gut genug zu sein, wann kann ich es endlich, warum kann die das, warum sind die so beliebt und warum sind die zusammen und so weiter und so fort. Wir müssen eine andere Energie schaffen für unser, wir dürfen unseren Lebensraum wieder in den heilen Zustand zurückbringen, aus dem wir heraus entstanden sind. Und zwar ohne Wenn und Aber. Wir müssen da nichts, nichts, nichts einhalten. Ja? Wir können es, wir waren wie ein Schwamm, ungeschützt, ja. Und das Wichtige, was uns jetzt hier als Erwachsene ist, wir sind immer geschützt, was hier für uns wichtig zu erkennen ist, wir können heilen und wir wollen heilen. Ich habe noch mit keiner Person zusammengearbeitet, sei es Mann oder Frau, denn im Grunde seines Herzens nicht dieses große, große Bedürfnis hatte, eine heile Welt zu haben. Und wir haben einfach nie das Prinzip erfahren, wie es zu dieser heilen Welt kommen kann, die wir uns so sehr wünschen. Und wir fangen an zu kämpfen gegen die Dinge, die wir nicht wollen, gegen die wir in Ablehnung sind, gegen die wir in Widerstand sind und verlieren unsere heile Energie, unseren heilen Platz, unseren heilen Ort. Und es funktioniert eben nur so, dass wir einladen, dass wir anziehen, dass wir selbst magnetisch werden. Und zwar für diese heilen Dinge, die wir uns so, so sehr wünschen. Und dann entsteht in unserem Umfeld Heilung. Und das zu lernen, das ist der erste Schritt. Egal. Ich finde, es ist egal, was du für einen Job machst. Egal. Du hast Familie, du hast vielleicht Tiere, du hast Menschen, die dir am Herzen liegen. Und sei du der Leuchtturm der Heilung in deiner Family. Und beame das so lange, bis jeder Mensch, der dir am Herzen liegt, sich daran erinnert, dass er heil ist. Und ich freue mich auf alle, die jetzt schon eingestiegen sind in unsere wunderbare Master of Divine Healing Ausbildung. Es ist eigentlich super, super wenig. Aber hier ein Standing zu finden und ein Vertrauen zu finden, dass es einfach so einfach ist, das ist das Wichtige. Und ich lade dich ein, auch noch mitzukommen. Du kannst jetzt anfangen. Einige sind schon dabei. Und wir treffen uns dann, ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf, zweimal Ende September. Und dann kannst du heilen, die Welt. Ohne großes Schnickschnack. Ohne großes Pipapo. Ohne großes, ja, ich freue mich auch riesig. Weil es ohne großes, es muss leicht gehen. Es muss leicht gehen. Es ist leicht. Es darf alles leicht sein. Und diese Leichtigkeit erstmal wieder zu erlangen, ist deswegen auch für mich so, so wichtig, um nachher wirklich dieses Divine Creation, wirklich alles zu kreieren, was du dir wünschst. Und alles, alles aus dieser Energie heraus entstehen zu lassen, das ist einfach der nächste Schritt. wird aber erst dieses Standing zu bekommen, als Heiler bist du, wir dürfen ja nicht Heiler sagen, ich glaube auch in Deutschland, aber als Heiler, einfach als Ganzmacher, wenn du das bist, und dann verändert sich schon mal so viel. Also ich freue mich. Und wenn jemand noch Fragen hat oder irgendwie noch was dazu wissen möchte, bitte gerne schreiben, jederzeit. Und ich lege es dir ans Herz. fang einfach an, diese Heilerin in dir zu aktivieren und es wieder zu wissen, was die Wahrheit ist und als was, als göttliches Wesen, was du hier auf die Welt gekommen bist. Und das ist die einzige Wahrheit, weil alles andere, was du hörst, fühlt sich einfach irgendwie eng an, fühlt sich einfach nicht gut an, wenn dir irgendwo wieder mal klar gemacht wird, dass an dir was nicht in Ordnung ist. Das kann doch nicht so sein, weil es so nicht ist. Also in diesem Sinne, liebes göttliches Wesen, ich freue mich, wenn du mit uns reist, wenn du diese Heilerin, den Heiler in dir wieder erkennst und dir erlaubst, eine Heilerin, ein Heiler zu sein und auch so zu wirken. Und das kann im Stillen sein, für dich, für deine Liebsten und das kann laut sein, das kann ganz groß sein, das kann eine Heilerpraxis im Sinne von du praktizierst, dein Heiler sein im Großen. Niemand muss sich verstecken. Ich weiß, da sind noch viele Mindfuck-Geschichten da, aber ich kann ja nicht einfach Heiler sein. Du bist eh schon. Also von dem her, erlaube es allen zu wissen, dass du dir Heilung auf die Fahnen oder Transformation oder zurück zu der Wahrheit, zu unserem wahren Sein auf die Fahnen geschrieben hast. Wir brauchen das so dringend heute. So dringend. Ja, du wirst endlich groß sein. Wir werden alle endlich groß sein, weil wir müssen viel, viel größer sein als der Bullshit. Bis dann!